weiter geht's mit einer neuen super mysteriösen und düsteren folge die order 1886 auf der playstation 5 ja wir machen jetzt hier weiter mit unserem kollegen und ja das ganze hier wird auf jeden fall wieder mehr oder weniger eine art stealth mission so wie es scheint ja denn wir wollen uns ja wo reinschleichen und zwar in dieses vereinte indienhaus so und mal sehen ob hier jemand die tür aufmacht ja tagen frances danke schön fürs reinlassen was liegt denn hier nicht mehr lange und die wahrheit kommt ans licht sebastian aufs dach geht's durch das schlafzimmer gute arbeit frances zu ihren diensten ja auf den kann man sich verlassen gut dann sehe ich mich mal noch ein wenig weiter um hier frances hat in den commonwealth truppen gedient hmm ok was liegt denn sonst noch so hübsch wirklich sehr hübsch möchte ich gerne mitnehmen wenn ich ganz ehrlich bin also das design gefällt mir richtig gut nicht schlecht wirklich nicht schlecht ambrust weckt erinnerungen und zwar ziemlich alte ich dachte wir gehen besser unauffällig vor los gehen wir sehr schön wir nehmen sie mit die ganze nacht sind patrouillen unterwegs alle eingänge sind bewacht wo gehen wir rein im garten genug deckung um unbemerkt reinzukommen mir nach gehen wir rauf aufs dach alles klar dann folgen wir mal luken der kennt sich ja scheinbar hier gut aus jo ich folge dir aber erstmal rüberspringen sorry manchmal bin ich nicht ja so schnell ja ich merke halt schon ja das alter ja das macht es mir langsam schon zu schaffen hier mit dem vorankommen und so weiter so und was gibt es denn hier unten was gibt es hier was ok nee er führt es einfach nur wieder zurück hätte sein können dass hier noch irgendwie ein collectible ist oder so deswegen gut alles klar dann einmal hier hoch sollen wir weiter gehen klar wir müssen weiter es bleibt nichts anderes übrig ja wir müssen die wahrheit aufdecken so bin gleich bei dir bin da Francis Geheimdienst ist hilfreich wohl ein vertrauenswürdiger Mann nicht wirklich er muss seine Schuld begleichen wenn er sein Wort nicht halten kann wäre das höchst unangenehm für ihn wir müssen im Garten einen sicheren Haltepunkt für das Seil finden ziemlich dramatischer Einstieg oder der Pavillon passt zu den Parametern gut bringen wir das Seil an dann mal los geschafft Alistair du musst hier bleiben und mir den Weg zeigen wenn ich drin bin kommst du auf mein Zeichen rein also gut aber Vorsicht meine Schwester wäre untröstlich wenn ich allein zurückkehre was sie nicht weiß kann ihr nicht wehtun dann mal runter und dann unten ist auf jeden Fall auch noch eine Wache da müssen wir auch vorsichtig sein jetzt was ist das es ist nicht ratsam ohne Beweise Wachen der Kompanie zu töten wir haben keine Zeit Alistair du musst mir vertrauen wir haben keine Wahl verdammt geh schon runter in den Garten das Tor wird geschlossen sein du musst den Schlüssel finden ich denke wir gehen jetzt erstmal hier lang da hinten links ist noch ein Gegner ja vielleicht müssen wir den nicht ausschalten vielleicht können wir auch hier durch den Örgarten hindurch machen ohne alle umzulegen aber nun gut da haben wir auch noch die Armbrust das darf ich nicht vergessen da habe ich auch noch 5 Schüsse mit der mache ich auch mal noch welche weg ja und erstmal brauchen wir auch noch einen Schlüssel ich denke den Schlüssel wird irgendwie eine Art Kommandant oder so vielleicht dabei haben also müssen wir da vielleicht schauen dass irgendwie einer vielleicht ein bisschen anders aussieht vielleicht eine andere Uniform trägt oder so mal sehen ich habe das Tor verstanden gut also jetzt müssen wir noch weiter suchen nach dem Schlüssel hier hier ist erstmal ein bisschen Medition für die Armbrust sehr schöne Sache hier haben wir so einen Zeitungsartikel ich lade erstmal die Armbrust nach und da wir jetzt mehr Schüsse für die haben denke ich werden wir mit der dann jetzt einfach hier weiter aufräumen ich habe den Schlüssel okay dann hat der dort vorne also den Schlüssel alles klar dann schnell dorthin rennen so hab ihn und jetzt schnell das Tor öffnen hier weiter hinten in dem Bereich irgendwo ist auf jeden Fall auch nochmal eine Wache ich habe die jetzt gerade gehört aber nicht gesehen deswegen los einfach weiter ich bin durch das Tor so jetzt heißt es vorsichtig sein wieder komm jawoll und dort geht es mal rein ins Gebäude aber hier kann ich bestimmt nicht einfach so vorne reingehen ne habe ich mir schon gedacht ja wäre auch ein bisschen komisch gewesen jetzt einfach direkt den Vordereingang zu nutzen wo ist denn die eine Wache gerade lang gelaufen die hier war in welche Richtung ist die ich glaube in die wir lassen die jetzt einfach mal weiter in die Richtung dorthin patrouillieren ja und ich schaue mal hier okay hier geht es nicht weiter ja hier brauchen wir wohl einen Schlüssel aber hier kann ich jetzt rüber klettern das sieht so aus ne ich dachte hier kann ich drüber klettern okay dann haben wir dann jetzt ein Problem da wird die eine Wache wahrscheinlich jetzt gleich mir genau entgegengelaufen kommen deswegen kurz im Visier bleiben und bereit machen abzufeuern den na wo kommt er sehr gut ausgeschaltet ist er gut in dem gibt es auch keinen weiteren Durchgang immerhin ist damit dieser Weg hier gesichert hier nach hier lang ah okay jetzt ist Lucan hier okay jetzt können wir mit ihm gemeinsam weitermachen na und jetzt Sian ich war schon richtig dort vorne wo ich eben war ja ich musste nur warten bis er eintrifft alles klar was jetzt erklär den Westflügel ich komme von Osten es wäre ratsam von jetzt an Funkstille zu halten ja stimmt hier treffen wir uns drin so jetzt heißt es erst mal hier Tor knacken ja komm schon so erster Riegler geschafft hier zweiter auch dritter auch jetzt können wir rein aber wir müssen aufpassen hier ist ja gerade eben auch was in die Wache reingegangen deswegen wer weiß wo die hin ist hier ist ein Foto ein kleines Familienfoto wo vorne ist eine Wache gut war er ausgeschaltet wir können weiter ich gucke mal ganz kurz von hier oben aus ich sehe ich bin hier aus direkt nach Wäsche aber es sieht jetzt nicht danach aus wir müssen aufpassen ja so viel sicher wir müssen wirklich sehr vorsichtig hier sein jetzt sehe ich dort vorne wieder was U2 der eine kommt jetzt wohl auch in unsere Richtung oder ich weiß nicht ob ich das schaffen würde wenn ich ganz kurz aus meiner Deckung rausgehe den wegzuholen mit der Armbrust wo muss ich probieren machen wir es jetzt jawoll den genau durch das Loch dort hinten abgefeuert noch einer weg sehr gut und noch einer weg ich glaube der Bereich ist sicher und bald bräuchten wir wirklich noch mal Munition für die Armbrust das wäre nicht schlecht und ich muss sagen das macht echt Spaß mit ihr zu spielen hey hier ist Munition die kann ich gar nicht mitnehmen ach weil es für eine Pistole ist ja und Schusswaffen kann ich ja nicht mitnehmen und nicht einsetzen hier gerade ja weil wir ja leise bleiben wollen muss aber auch ganz ehrlich dazu gestehen wäre ich der gute Sir Kellerherd ich würde halt die Pistole trotzdem mitnehmen ja ich würde sie halt noch nicht einsetzen weil wer weiß was noch für Situationen auf einen zukommen ja und halt auch einfach um auf Nummer sicher zu gehen ja aber sind wir ehrlich wenn man in ein richtiges Feuergefecht kommen würde ja nützt die Armbrust nicht so viel wenn jetzt 10, 20 Mann alle auf ihn feuern lotten ja da wäre es dann natürlich schon besser eine andere Waffe noch parat zu haben und deswegen ich würde da schon noch die andere mitnehmen so eine kleine Pistole hat noch niemanden geschadet noch dabei aber gut weiter jetzt oben da hinten sitzt einer da macht eine Pause sie zurück zurück mein edler Ritter offenbar komm ich rechtzeitig sieht ganz so aus obwohl ich mich in der Regel nicht von einer Wache überwältigen lasse sind sie allein hier Devi und Finlay sind bei mir sie übernehmen die restlichen Wachen und sie ich konnte meinen Trupp nicht mitbringen aber es ist jemand bei mir vertrauen sie der Person ja mit meinem Leben also gut was jetzt wir treffen ihn drin und gehen zur Bibliothek na los ob das dem gefallen wird dass wir sie dabei haben da bin ich mir noch nicht so sicher da bin ich mir noch ganz egal nicht sicher also das wird dem ganze gar nicht gefallen wenn wir die Rebellen dabei haben das hört sich doch gut an helfen sie uns das Ding zu schieben jo ich helfe euch so alle man dran versammeln in der Kutsche und los schieben das war's na los hier raus Devi nein du musst bleiben Rani ich muss an deiner Seite sein das bist du immer Kind was ist mit ihm und seinen Komplizen befolge meinen Rat weißt du denn nicht wie wichtig du mir bist warum schickst du mich dann fort weil du die Sache fortsetzen musst falls mir etwas zustoßen sollte sag das nicht Devi auch wenn sie mir nicht trauen ich werde ihre Königin beschützen das bin ich ihnen beiden schuldig dann strengen sie sich an mit ihr sollten sie es sich besser nicht verderben ja und sieh'n der gute Sir Galahad hat doch ne Pistole dabei ja noch so als Reserve hab ich jetzt gerade gesehen hier in der Zwischensequenz hier an der Seite hat er doch noch eine mit dann ist er doch vorbereitet oh Hilfe das war knapp das ist super dann heißt es wohl dann jetzt wechseln die Waffe hier oder dann nehmen wir mal hier das Gewehr denke ich das geht dann ist noch irgendwo einer irgendwo dort in diesem vorderen Bereich da drüben ist einer da ist kompanie Mann getroffen gehen wir rein bevor noch mehr Wachen kommen los mach das Fenster schnell auf und rein hier Vorsicht Flintenspezialisten gar nicht gut scheiße die mit den Flinten müssen weg ziel erledigt die mit den Flinten müssen auf jeden Fall weg erst mal ganz weit zurück bleiben hier jetzt erst mal ein Stück vorrücken hier würde ich sagen Taktik nochmal dort komm gut hier ist eine Granate die nehme ich mir noch mit oh hier kommen Feinde die Treppe hoch muss nachladen ja ich brauche noch Munition 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 brauche ich nochmal hier Munition verzieh dich ey gut ich gebe mal deine Splendor jeden Moment könnten mehr kommen gehen wir weiter ja dann nehme ich jetzt erst mal so eine Schrotplinte mit ist besser als eine leere Hauptwaffe dabei zu haben hey wäre auch ein Maschinengewehr dann nehmen wir das eher die Anführerin der Rebellen sie ist deine Komplizin hast du deinen Verstand verloren ich könnte das gleiche fragen man könnte meinen dass du mich in der Rebellen in einen Hinterhalt der Rebellen gelockt hast und mich zu meiner Verhaftung dafür haben wir keine Zeit wir brauchten Hilfe und ich konnte mich nur an sie wenden das ist Irrsinn du bringst den Kern unseres Ordens in große Gefahr Alistair Alistair du musst mir vertrauen du wolltest unbedingt Beweise haben sie war mit mir im Blackwall sie hat gesehen was ich gefunden habe du willst mir erzählen sie hat geholfen sie hat geholfen die Docks der Vereintes Indian Company zu zerstören mein Vater hatte recht das war ein terroristischer Anschlag sie hat dich benutzt sie machte mich auf die Verschwörung aufmerksam und wenn wir das hier durchziehen wollen brauchen wir ihre Hilfe was wenn du falsch liegst dann übernehmen sie und ich die Verantwortung und treiben die Konsequenzen wie Mallory ich hoffe du hast recht Grey ich will nicht entdecken dass du auf der falschen Seite stehst ich auch nicht Bruder gefunden am anderen Ende der Lobby Erwachen auf der anderen Seite Drilling Lade nach Blindenwache getroffen Schützen getroffen Okay Los jetzt zur Bibliothek geht's hier lang Hierdurch über den Balkon zum Hof Ja ich sehe es Ich nehme jetzt erstmal hier die Fernzünderwache ja Mit der können wir denke ich auch hier gut aufräumen Gehen sie in Deckung Ritter Schützen getroffen Ich lade nach Ich lade nach Rechte Seite Ha Der Frenner hat genug Ritter in Deckung Lade nach Ich lehne Deckung So das war gut Nachladen das Ding hier Deckung Ritter in Deckung Aus dem Keller kommen noch mehr von ihm Und einer von ihnen hat ein Termitgewehr Termit Oh Munition nochmal aufhören Oh Oh Stammt 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 Flucht nach Mist Wache getroffen Wache getroffen Das war der letzte Termit ist weg Gut Eine kurze Atempause Gehen wir Gerne Hilfen wir mal bei den Türen Bereit? Die Bibliothek ist gleich da hinten In Reden Hall Stammt Ritter Ent Fisch Stammt Bibliothek durchsuchen. Achten Sie auf Ladelisten, Bestellungen, Warenverzeichnisse. Alles, was die Kompanie mit den Halbblutlieferungen verbinden könnte. Hoffen wir mal, dass wir hier was finden. Ganz ruhig, Fenley. Sie passen auf, wir können wir suchen. Ja, weil die Bibliothek ist ganz schön groß. Aber hier muss es was geben. Hier ist nichts. Wer weiß, vielleicht bewahren die das auch nicht in ihrer Bibliothek auf. Kann ja auch gut sein. Geht es dort unten noch weiter? Ja. Hm, was ist das denn hier vorne? Zeitverschwendung, wenn Sie mich fragen. Hm, das bringt uns auch nicht weiter. Komm schon, hier muss es was geben. Ritter, hier drüben! Das sollten Sie sich ansehen. Dies sind die Lieferungen in mein Heimatland. Wenn man diesen Büchern glauben kann, hat die Kompanie jetzt in jedem indischen Staat eine Basis. Hier, die Ladung der Agamemnon. Bestimmt für die amerikanische Ostküste. Und drei weitere Ladungen auf der gleichen Route. Warte, die arme Soschiani kommt als nächstes. Sie sticht in sechs Wochen ins See. Wo ist Finley? Warte, 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 warte. Glauben Sie mir jetzt? Er steckt hinter all dem. Die Mord in Whitechapel. Die Halbblöte. Vereintes Indien. Alles sie. Jacob Vanek. Oder wie die Schreiberlinge der Fleet Street mich so nett genannt haben, Jack the Ripper. Zu ihren Diensten. Vielen Dank, Sir Lucan, für diese störenden Friede. Kümmere dich um sie. Und enttäusch uns nicht. Du. Was für ein Zufall finden Sie nicht, Sir Galahad? Die Rebellenanführerin gefasst. Und einen Verräter entdeckt. Alles auf einen Streich. Der Verräter sind Sie. Wie bedauerlich. Alistair, wie konntest du... Vergib mir, Bruder. Ich diene zuallererst meinem eigenen Blut. Deinem Blut? Schnell! Schnell! Au! 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 Schnell! Au! Auf! Was ist das? Du mieser Verräter. So eine miese Ratte. Und jetzt abhauen. Das sind mir noch die Besten. Das sind mir hier noch die Besten. Erst ein Verraten und dann einfach mies abhauen. Und jetzt nur seine ganzen Lykanerfreunde auf uns hetzen hier. Aber nicht mal selbst kommen. Das sind mir wirklich hier die Besten. So ein mieser Verrater. Gibt's nicht. So, wir nehmen hier die Waffe mit. Die Obrigkeit ist unterwegs. Oh, was ist das? Ritter, hier ist die Partale. Uns wurden mehrere Eindringlinge beim Vereinigtes System aufgestehen. Wir sind vom Polizipolist wohl angewiesen, sich bereit zu halten. Wir schworen einen Eid. Im Namen des Gesetzes, öffnen Sie die Tür. Galahad, bleib wo du bist. Moment, ich kann's erklären. Ich sagte, keine Bewegung. Sie kommen rechtzeitig. Uns wurde eine Ruhestörung gemeldet. Ja, Sir Galahad stürmte hier mit einer Bande Rebellen rein, mit der Absicht, mich zu töten. Das ist eine Lüge. Sehen Sie, was Sie angerichtet haben. Sir Galahads Komplizin war eine Frau. Und zwar die Anführerin der Rebellion. Sie konnte uns entkommen. Nicht für lange. Befehlen Sie den Wachen sofort wegzutreten, Lord Hastings. Wir sorgen für die Ergreifung der Rebellenanführerin. Izzy, hör auf mich. Du machst einen schweren Fehler. Sir Percival, nehmen Sie den Eindringling in Gewahrsam. Es tut mir aufrichtig leid, dass Sie das tun müssen, Marquis. Nein, nicht mehr als mir, Monsieur. Schafft ihn mir aus den Augen. Ich danke Ihnen, Lady Grain. Ihr Einschreiten war wirklich ein äußerster Glücksfall. Wir erledigen hier nur unsere Pflicht, Lord Hastings. Nun, wie dem auch sei, Milady. Sie sollten diesen Verräter gut im Auge behalten. Rechnen Sie damit, dass man Sie vor den Rat rufen wird. Man benötigt Ihre Zeugenaussage. Ich stehe den Rittern Ihrer Majestät jederzeit zur Verfügung. Dem Gefangenen werden schwere Verbrechen vorgegeben. Sir Galahad hat unser Vertrauen betrogen. Mehr als das. Er hat konspiriert. Mit gottlosen Rebellen. Neben dieser Litanei des Bösen hat er sich angemaßt, Lord Hastings, unseren geschätzten Kämmerer, zu töten. Sir Galahad ist ein Verräter. Ein Mann ohne Ehre und Skrupe. Ich bitte den Rat, die härteste Strafe zu verhängen. Ich bitte den Rat um Nachsicht. Vergessen wir nicht, was Sir Galahad über die Jahrhunderte für den Orden getan hat. Vielleicht kann unser Ritter gerettet und auf den rechten Weg gebracht werden. Der Ritterkommandant zeigt zu viel Nachsicht. Die Beweise gegen den Verräter sind erdrückend. Ich habe Sir Galahad mit der Rebellenanführerin gesehen. Ich war zu weit weg, um sie klar zu verstehen. Aber sie schienen sehr vertraut zu sein. Sie verließen ein Etablissement, das Rebellen beherbergt. Sir Galahad erbat eine Audienz, mit dem Lord Kanzler und mir. Er brachte eine Reihe sinnloser Beschuldigungen gegen die Vereintes Indian Company vor und schien entschlossen, Lord Hastings zu finden. Holen Sie Lord Hastings! Lord Hastings, Sie haben den Häftling als Ihren Angreifer identifiziert. Sir Galahad drang spät in der Nacht in unser Hauptquartier ein, begleitet von der Rebellenanführerin und ihren Leuten. Ich war nicht sicher, dass der Mann, den ich verfolgte, Sir Galahad war, bis ich... seinen Mantel fand. In der Nähe des Rebellenverstecks. Als ein Kommandant versuchte ich, ihn von seinen Behauptungen abzubringen. Jetzt ist klar, dass er meinen Rat nicht befolgt hat. Sie setzten meine Wachen außer Gefecht und drangen in meine Gemäche ein, um mich zu ermorden. Wir fanden Lord Hastings verwundet durch die Hand des Häftlings. Er muss gerade stehen für seine Taten. Verehrte Ritter, wie befinden Sie den Gefangenen? Schuldig. 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 Die Strafe ist der Tod. Schuldig. 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 Wie wird er überlaufen? Das muss er selbst entscheiden. Hier ist mein Freund. Trinken Sie. Zwei Tage. Es sind jetzt schon zwei Tage, so können wir ihn nicht hier lassen. Ich habe getan, was ich kann. Es liegt echt an mir, ihn jetzt zu schützen. Ich werde ihn rufen, wenn er das hier überlebt. Mein Freund. Mein Freund. Sie müssen bei uns bleiben. Shagalat! Shagalat! Hier. Vielleicht die Lakspie. Es war gut, mich herzubringen Nicola. Viel mehr kann ich nicht tun. Ganz London ist auf der Suche nach ihm. Das ist wahr. Wir kümmern uns um ihn. Es wird sich zeigen, ob er es schaffen kann. Kein Nahe, Nicola! Mir bleibt keine Wahl. Wenn ich zu lange fort bin, schöpfen Sie Verdacht. Was, wenn Sie es schon wissen? Sie haben genug getan. Überlassen Sie das von jetzt an uns. Ich habe noch so viel zu erledigen, Lady Lakshmi. Bitte, sorgen Sie für ihn. Ich fürchte, ohne ihn haben wir keine Chance. Nun, Ritter, Sie sind wirklich niemand, der leicht aufgibt. Wo bin ich? Sie sind in einem Versteck am Flussufer. Sie hatten fast zwei Wochen lang das Bewusstsein verloren. Kommen Sie. Wir müssen wieder zurück nach Whitechapel. Die Regierungstruppen suchen Sie überall. Wie haben Sie mich gefunden? Danken Sie, Nicola. Er brachte Sie her und bat mich um Hilfe. Nicola, woher kennen Sie Nicola? Er soll Ihnen selbst erklären, wie er zu unserer Sache steht. Nicola ließ das für Sie hier. Er dachte, Sie könnten Sie brauchen. Er ist nicht so gut. Gut. Gehen wir. Lakshmi. Das Schwarzwasser. Woher haben Sie es? Es wurde mir anvertraut. Sie wollen sagen, ein Ritter. Sir Bors de Gaines. Sir Bors wurde seit der Suche nach dem Kral nicht mehr gesehen. Sie sagen, er lebt in Ostindien? Ich habe nicht gesagt, er lebt, Ritter. Okay, ich würde sagen, mit ihr machen wir dann weiter beim nächsten Mal. Hier machen wir dann jetzt erstmal Schluss, Leute. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.